Ach, ne Feuer! Ein Feuer... Ein Säurespeier ist das. Ein Feuerspeier. Ein Feuerspeier. So, komm bitte schon raus. Ich glaube, das ist sogar... Hey, das ist sogar Stereo. Das ist mir nie aufgefallen. Je nachdem, wo der ist. Also wenn ihr... Da müsste man aufpassen. Ich meine, das nimmt Dick's Story auch so auf, wie ich es hier höre. Je nachdem, wo der Grappler ist, hört ihr das entweder links oder rechts auf eurem Kopfhörer. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Auch ganz... Gut, nicht unbedingt exzessiv oder laut, aber man hört es ungefähr, wo er ist. Das ist mir nie so wirklich aufgefallen. So, was ist mit der Waffe? 13 Schaden. Weg. Weg. Was ist das? Rückstoß. Sehr gut, Rückstoß. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Rückstoß anfangen soll. Okay. Ich glaube, da hinten ging es nicht rein, oder? Das war eine feste... Genau, eine feste Geschichte. Kann ich da durchschießen? Leider nicht. Wäre ja auch zu schön. Da ist die Mauer, obwohl die Mauer müsste ich ja eigentlich mit meinem Projektil inzwischen wegkatapultieren. Wenn ich jetzt hier so viel Kampfkraft habe, müsste das doch eigentlich kein Problem sein. Sehr freundlich, wie sie mir hier aufmachen. Und da sind wieder ein paar Zombies. Ja, die war zu weit, die Granate. Und schon wieder eine neue Erfahrung. Eine neue Erfahrungsstufe. Und dieses Mal... Was haben wir gesagt? Wir gehen nochmal auf Energie. Und unter den Fertigkeiten... Was wählen wir denn da jetzt Schönes aus? Eine aktive Fertigkeit. Wir haben ja aktuell die Splittergranate. Und was hätten wir denn da Schönes? Nichts Interessantes auf den ersten Blick. Ein Projektil, das in einem Gegner stecken bleibt und nach einer bestimmten Zeit explodiert und Flächenschaden verursacht. Ich meine, das wäre für die Zombies gar nicht mal so blöd. Und ich meine, für Roboter oder dergleichen auch nicht unbedingt schlecht. Adrenalin? Nein. Nicht in meinem Interesse. Ein Projektil, das in einem Gegner stecken bleibt und Schaden über Zeit anrichtet. Okay. Schaden 202 pro 7 Sekunden praktisch. 140 Energie kostet es gleich. Ja, das ist... Ja, wie viel macht denn eigentlich unsere Granate hier? 951. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt wieder eine Sache. Wenn ich jetzt das fünfmal erweitern kann und... Was ist denn der Faktor, um den es sich erhöht? Ja, das steht jetzt wieder nicht. Da müssten wir einmal Energiepunkte investieren. Aber ich mache jetzt erstmal hier den Projektil. Schutz, damit wir ein bisschen resistenter werden. Klick. So, da ist ein Savepoint. Sehr gut. Auf. Oh ja. Oh ja. Was, eine Keycard ist da notwendig? Hatte der eine? Der Computer blinkt. Ähm, das hatten wir schon Ereignisse. Hatten wir auch. Keine neuen Informationen. Tja, ich brauche eine Keycard. Wo ist die Keycard? Könnte ich die Keycard haben? Ah, da ist noch ein Eingang. Ich denke mal, da müssen wir rein. Eine Cutscene. Ah, da ist er ja. Und er macht sich gerade über den Zombie her, so wie es aussieht. Zeit für einen Krabbencocktail à la carte. Oh, da haben wir ganz schön ausgenommen, den Zombie da unten. Ja, lecker. Also den Krabbencocktail möchte ich nicht mehr haben, wenn da hier der halbe Magen in der Krabbe drin ist. Ist ja irgendwas zum Ausweiden, wenn wir schon dabei sind. Ja, Ikarium, sehr schön. Da wird wieder Mediapacks drin sein. Äh, ziemlich sinnlos gerade. Die werden gleich wieder auferstehen von den Toten. Nein, doch nichts. Naja, da sind sie eben mausetot. Oh, ist das... Hatte ich sie jetzt gerade vergraben? Der Mistkerl hat sich... Oder ist er da reingegangen? Also auf jeden Fall nichts. Der ist echt da reingegangen. Ich glaube es ja gleich. Schauen wir mal, was das hier ist. Oh! Sowas. Okay. Wissen wir das auch? Der hat sich praktisch vergraben und mit dem Gerüttel, die haben wir da aus dem Boden holen können. Da ist nämlich die Keycard. Äh, ja. Ja, so. Helmabgabe, da habe ich doch gerade irgendwas gesehen, oder? Genau. Terranisches Widerstandsmodul. Maximal Energie plus 34. Hm, nee. Gerade nichts. Oh, was haben wir denn da geteilt bekommen? Plus 58, plus 44. Weg damit. Haben wir da was Neues. Ja. Ja. Plus 34, plus 24. Ich werde das zwar alles hier nie brauchen, aber ich muss das hier ordnen. Das geht nicht anders. Manchmal bei mir ist so ein Tick ganz schlimm. Naja. Ach, der Safepoint war draußen. Das ist natürlich jetzt wieder super. Aber ich will jetzt trotzdem, bevor ich hier rausgehe, nochmal wissen, was da drin ist. Ich hätte es mir eigentlich nicht denken können. Scheiße. Oh, der zieht ja immer noch ganz schön Schaden ab. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich will die ganzen Explosionsdinger jetzt hier nicht für einen Roboter opfern. Ja, ich muss das ja fast. Oh, das hat gesessen. Auch bei mir. Aber dem hat es gar nichts ausgemacht. Na, das war ziemlich kläglich. Ich gebe es zu, das war kläglich. Da ist noch ein Zombie. Ey. Ja, was gibt es denn da Schönes? Nochmal eine Kiste. Rüstungs-Upgrade. Plasma-Zelle habe ich da gerade gelesen. 4, 8, 9. Und wir haben viel zu viel. Weg. Das hier auch. Weg. Ja, das ist das Gleiche. Weg. Sonst, da hinten gibt es noch einen Spind. Da ist nichts drin. Sehr schön. Sonst war es hier auch wieder recht leer. Naja. Gehen wir dahin, wo wir die Keycard benötigen. Nämlich raus. Ging das hier raus? Ja, da ging es raus. Und jetzt können wir hier das Medipick nehmen. Medipick. Medipack heißt das nicht. Medipick. Ein Gesundheitsschwein. Und mit der Keycard können wir dann auch endlich da rein, wo wir nicht rein dürfen. Da ist nochmal ein Medipick. Medipack? Meine Gott. Was habe ich jetzt mit dem Medipick? Furchtbar. So. Speichern. Sicher ist sicher. Da. Na, ihr bleibt schön da drin. Da kann euch nichts passieren. Na, und euch Spinnis würde ich euch, äh, werde ich auch gleich, äh, das Fürchten lehren. Oder so ähnlich. Die Giftspinne mag es etwas härter. Kann sie gerne haben. Wie viel haben wir eigentlich? Äh, steht doch hier irgendwo, oder? Hier blinkt sowieso etwas. Ähm, und zwar, was blinkt denn hier? Halb, halb zehn haben wir. Halb elf haben wir schon wieder. Ach, meine Güte. Ach ja, die Keycard haben wir an uns genommen. Stimmt. Ach, die Roboter haben wir auch schon lang nicht mehr gesehen. Na, ich wollte nicht speichern. Alte Bekannte sind das. So, was gibt's hier Schönes? Roboter. Der kommt da nicht durch, so wie es aussieht. Umso besser für uns. Da etwas schwächer. So, irgendwas übersehen. Ja, 65 Icarium da drüben. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ne, hier ist überhaupt nichts mehr. Aber ich glaube, das war irgendwas zum Triggern. Ich hab wirklich irgendwas in Erinnerung. Okay, wo war das 65 Icarium? Da war es. Alter, komm, speichern, wenn wir schon da sind. Und jetzt gehen wir mal dahinter. Oh, da ist ja wieder ein Läufer. Das hat gesessen. Und auch die Fetzen sind wieder geflogen. Hat man ganz kurz gesehen. Äh, schlecht. Und da ist nichts mehr. Okay. Nochmal speichern. Speichern, 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 speichern. Oh, da ist ein Läufer. Nein! Ich wollte doch da rein. Oh, 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 oh. Weg! Ich kann euch nicht gebrauchen. Oh, oh, oh. So. Keine Ahnung, was das für ein Upgrade-Modul war. Ich werde es gleich sehen. Ah! Er haut ganz schön rein. Trotzdem, dass sie so klein sind. Was ist denn das für ein Tank? Was sind das für ein Tank hier draußen? Irgendwelche Holzkisten. Schauen wir mal dahinter. Oh, da haben sie gut geparkt. Weg! Brauch dich nicht! Husch, husch! Burn, burn, burn! Burn in the ring of fire. Oder wie ging das Lied? Ach ja, was haben wir das damals gesungen? Ich glaube, das war noch damals in der Schule. Da sind wir... Ach, Schande. Skiausflug war das, genau. Und da haben sie sich eingebildet. Sie müssten jetzt auf einmal SingStar spielen. Beziehungsweise singen. Kann man dazu SingStar spielen sagen? Gibt es das eigentlich noch SingStar? Ich habe das nie gemacht. Ich habe mich selber nicht singen hören. Das wäre nur die Katastrophe gewesen. Der Super-GAU für die Ohren. Deswegen habe ich es nie probiert. So, komm. Nimm, nimm, nimm. Da! Da ist ja nochmal was. Oh, schön. Schön, schön, schön. Immer wieder probieren sie es, die komischen Skorpione. Und immer wieder fallen sie drauf rein. Ein Helm ist aber genauso schlecht. Und da sind auch noch ein paar Zeitgenossen. Der spuckt eine Säure. Nicht unbedingt sehr genießbar. So, komm. Das machen wir noch. Bis zum, äh, mal schauen bis zum nächsten Save. Und ich weiß nicht, wann das nächste, äh, der nächste Abschnitt anfängt. Und so langsam, äh, kriege ich einen Krampf in meiner rechten Hand. Von dem die ganze Zeit, äh, von dem Geklicke da. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt, äh, aufhöre zu spielen und wieder anfangen, dann ist die ganze Sache, was wir jetzt heute gemacht haben, umsonst gewesen, was die Monster angeht. Deswegen will ich jetzt ungern aufhören. Boah, Mann. Wir müssen die Armee von, äh, Zombies dann ein bisschen töten. Aber da stirbt ja keiner von den Viechern. Die heilen sich gegenseitig, die Dreckskerle. Das gibt's doch nicht. Boah, das war jetzt gerade echt knapp. Gibt's denn das? Ich renne jetzt einfach mal, äh, weiter weg. So, jetzt soll ich dir mal ein bisschen herkommen. Geht doch. Zumindest ist einer schon mal tot. Ah, das haben die mich auch noch gesehen. So, und jetzt, genau. Schaut euch den Salat an. Sind ja die Viecher noch, äh, glimpflich dagegen. So, waren das jetzt hier alle? So, langsam wird's echt lästig in da, mit dem Klicken hier. Und was war jetzt da drin? Ach, das ist nochmal ein Viech. Komm, tot. Sehr gut. Geht nicht. Äh, gab's nur ne Kiste. Mit was drin? Einen kleinen Anzug. 708. Äh, bringt uns aber auch nicht viel. Oder das ist ein bisschen besser, als der, den wir schon gehabt haben. Dann halt nicht. Und dann schauen wir noch, ah, das sind wieder Safe Points. So, jetzt schauen wir mal schnell da rein, was da ist. Schöne ich auch wieder so ne Zombie-Armee. Ja, ich hab's gewusst. Und was ist da drin? Natürlich wieder nichts. Ja, toll, bis auf den Automaten. Naja, naja, naja. Ach, Gott, meine Hand. Ach, Krampf. Ach, ja. Ach, cool, lieber Gott. Ja, gut, der ist noch relativ human. Der war einfach. Der war relativ einfach. Boah, scheiß rum. Was eine Stufe an Kraft unterscheiden kann. Schöne ich sagen, weil der eine war ja vorhin, also in dieser ganzen Riesenarmee hier waren einige Level 14 und die waren jetzt hier lediglich Level 13 und ging doch relativ schnell down. Ich hab's mit meinem Relativ. Äh, ja, toll, wieder nix, bis auf den Automaten. Aber was will ich mit dem Automaten? Ah, verdammt. Es flogen wieder die Fetzen. So, und da nochmal. Komm. Leck mit dir. Wie groß ist denn die gesamte Anlage hier? Das ist ja viel zu viel zum Ablaufen. Wir müssen aber so langsam schon mal da sein. Ist denn auch jemand? Ist da jemand? Oh, nein. Sehr schön. Die Ars fließen. Fliegen. Oje. Die gefläßigen Ars fliegen. Gibt's auf jeden Fall keine Fliegen mehr. Und da ist das Haupttor. Ja, endlich. Oje. Oje, oje. Oje. Ja, genau. Wo kommt ihr jetzt alle her? So ein Mist. Ja, das hat ihr getan. Nein! Ich brauche ein Medikit. Schande wollte ich jetzt gerade sagen. Ah, das habe ich jetzt gemacht. Ich wollte beim letzten... Beim letzten Checkpoint. Oh, verdammt. Wehe. Ich wollte eigentlich beim letzten Checkpoint starten, aber ich hoffe mal, der hat jetzt hier nicht alles wieder überschrieben mit... Doch hat er, oder? Nein, die sind tot, die Viecher. Ah, meine Güte. Machen wir dir hier mal ein bisschen Platz. Ah. Die sind schon verdammt stark, die Dinge. Oh, zum Glück. Ah, Schande. So ein Mist. Bah. Mann, 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 Mann. Abgelegt's. Ah, ja, Checkpoint. Das ist vielleicht jetzt ärgerlich. Aber wisst ihr was, ich werde jetzt hier trotzdem eine Pause machen. Es war heute schon mehr als genug Frust. Ich erinnere daran, am Anfang war ja dieser schöne Roboter, der sich nicht hat töten lassen, noch in der Yukon. Und jetzt brauche ich eine Pause. Okay. Man sieht sich dann demnächst in irgendwas anderem. Vielleicht auch wieder in Creed. Bis zum nächsten Mal. Ciao.